gesteckt und dann geredet so die Map kenne ich die Map kenne ich die ist ziemlich groß uuuuuh das ist eine der ersten Maps wo Bram damals mit Dena und Ungespielt halt die Fresse von Ungespielt und Dena aber Bram hat mit Dena gespielt dort haben dann angefangen die Pizzmits auch TTT anzuspielen warte mal warte mal ich glaube ich kenne sie gleich oh scheiße cool die haben ja die Volver uuuuuh das ist diese dreckige Map Max plötzlich werden oh die ist recht groß he lass mich bitte Trailer werden ich will Trailer werden bitte ja kannst einfach den Sniper irgendwo drauf sitzen und dann abknallen nee weil die meisten können sie ja ins Haus exkludiert doch nicht schade was denn Andy kommst du nicht was denn Andy kommst du nicht Danny don't run away from me oh shit da liegt ne Waffe hohohoh Junge die hab ich mir jetzt geholt ich bin innocent ich auch ich auch hey was machst du da unten alter Nicky warte ey Nicky hat mich angegriffen Nicky hat mich angegriffen ich smoke da nicht ich schieß auf mich ich geb ihn mit meiner Crowbar ich geb ihn mit meiner Crowbar ey Nicky weg von mir ich geh schon weg von dir keine Angst Alter Alter könntest du besterben ich hab Julis hat minus 6 Punkte nice ja Julis hat Julis hat einen innocenten gekillt Flytouch hat minus 2 Punkte bekommen wieso keine Ahnung aber durch den runden Bonus von also du kriegst jede Runde 2 Punkte hat sich das wieder ausgeglichen deshalb hast du 0 Punkte bekommen Alter Max die Runde haben mich richtig versaut ja das war übel ich dachte mir so maßig so ja ich glaub ich hab sogar dich angeschossen oder oder hab ich ihn mit den ersten Schuss getroffen Nicky schauen wir aus dem Fenster unglaublich ja ja es war oh man es sind aber so gut ja der macht sich schon ja der macht sich schon wenn du siehst kommt mir Julis entgegen läuft damit rein und du lebst immer noch schieß ich Marcel das fisst mich wieder an ich hab ein Klo gefunden mach nie wieder so scheiße das ist in deinem Leben das nächste Mal warum wir haben Rechte darauf Fats nein der war Traitor mir egal Rechte sind Rechte wie die Frauenrechte ja die sind auch nur eingebildet ja eben die Frauen haben die Rechte dass Frauen Auto fahren dürfen ist für mich schon ein bisschen barbarisch aber ja genau hallo das ist das ist um die Männer auszurotten oder die Bevölkerung zu verdünnen weil halt wir wissen alle Frauen können nicht Auto fahren und dann schießen sie wahrscheinlich meistens Männer wie gehts mit dem Auto fahren wie weiss was weiss du Max sagt Frauen können nicht fahren hat aber kein Führer Schatz und selbst wenn ich ich bin ein Mann ich bin natürlich im Naturplanet dann Eddie was geht Alter ich glaub du bist Schräder hä was wo wo bist du hinter dir also wenn ich tot sein sollte dann ist es Thomas hä Alter Max warum schießt du auf mich was du kannst du auch nicht dran Alter wer schießt auf mich ich weiß irgendwie läufts nicht mehr Auf mich wird geschossen. Junge, die Chris Vector. Das ist sicher der Bruder von Sebi. Alter, halt den Auge. Aber es ist mit K in Doppel-S geschrieben. Max, ich will dir jetzt ausnahmsweise mal vertrauen. Wenn du mich betrügst. Das wird er. Hey, was soll das? Warum hast du das in der Hand? Ich dachte, du fliegst aus dem Fenster. Warum wolltest du überhaupt, dass ich aus dem Fenster fliege? Keine Ahnung, Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Loll! Was ist das? Ich glaube, ich weiß, wer die gemacht hat. Max, komm mal her. Wir müssen mal miteinander reden. Ich war das nicht. Du hast du aus dem Fenster geschaut. Dann hättest du ja gesehen, wenn ich Waffe gewechselt hätte. Ich sehe gar nichts. Schau mal her, wo das Fenster rausschaut, Marcel. Du warst hier drauf gesessen. Ja, aber auch dann kann ich dort nicht hinschauen. Das war nämlich noch weiter links vom Gebäude. Und vor allem, wenn du diesen Friendship Bean machst, dann hörst du die Musik bei demjenigen, der das gemacht hat. Du hörst dann die Musik, wenn du neben mir stehst. Das ist wirklich so. Das ist der Friendship Bean. Ich weiß noch, du hast irgendwem auch mal irgendwas gesessen. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir nicht. Max, du gehst einfach zu Marcel und Julius und bring einen von beiden um, okay? Warum? Warum denn? Wir haben nicht mehr was gemacht. Egal, kollektive Aushortung. Du bist Jude. Ja, stimmt. Marcel ist Jude. Mal hochklettern? Alter, lass da hoch. Alter, nice. Wir sind die Geilsten. Okay. Du snipest und nicht. Ich geh zurück. Marcel, lebst du noch? Julius? Einer von den beiden Friends. Da warte, ich sehe ihn. Thomas lebt noch. Ja, wow. Danke. Wieso sagst du nichts, wenn ich dich anspreche? Oh mein Gott. Ja, Danny hat auf mich geschossen. Nein. Ich hab nicht auf dich geschossen. Irgendwann hat auch auf mich geschossen. Der Julius, der sitzt in irgendeinem Fenster. Oder... Oder Marcel. Der sitzt in irgendeinem Fenster. Und feiert sich einen ab. Ich bin... Euch. Wer haut da gerade auf seinen... Da ist wieder so ein... Da steht wirklich Fahrt. Wer hat denn PC da jetzt genommen? Schau, siehst du? Schau mal her. Da steht Fahrt. Flying Dutch ist hier. Alter. Da oben ist er. Ich muss für dich jetzt Proof sein, weil... Ich hatte dich jetzt... Ja, dann muss es Marcel oder Julius sein. Haben wir eigentlich schon irgendeinen Traitor getortet? Max? Glaube nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du hast auf mich geschossen. Du hast auf mich geschossen. Nein. Safe. Mein Gott. Sonst wäre ich doch nicht gehört. Ich glaube der Julius hat ich abgeschossen. Aha, wie kommst du darauf, dass es Julius ist? Da oben ist er. Wo? Und der Schuss kommt aus deinem... Und kommt aus dieser Richtung. Warum weißt du, dass er da oben ist? Wahrscheinlich bist du Traitor. Ja, genau. Weil man ihn sieht, du voll spaßt. Ich bin voll spaßt? Ja. Okay, du spielst gerade mal Feuer. Ich habe hier eine... Eine SVT 40. Die... Die macht Dicks unter 40. Ja, das bringt viel. Aha. Wusste ich's doch. Da, ich glaube es Traitor. Hättest du mir wenigstens nicht noch sagen können, wo Julius ist? Halt, stopp, ich muss mal kurz Musik ausmachen. Ich glaube, dass er dich... Da schalten. Oh Gott. Oh Gott. Der steht noch! Mein Gott, Alter! Oh Mann, Alter, Julius. Das killt mich einfach volle Kanne. Gut gemacht, Julius. Lol, what the fuck. Thomas. Thomas. Das hätt mich töten können, das weißt du. Das? Das Ding, der hätt mich töten können, was du dabei hattest. Weil ich die Armbrust... Nein, das! Ja, du weißt! Ja, das hätt so ziemlich jeden drin. Aber du, ich hatte auch die Armbrust, aber die hat ja nicht funktioniert. Äh, du, was war's genau? Nimm's doch mal du so in die Hand. Ich bin nicht der Dämpste. Da ist der heißen Stange drin. Ja, das... Also... Die schießt einmal, oder? Nein. Radar hat sich in dem Moment aktiviert. Und dann bemerke ich auf einmal so, hey, irgendwie ist der Punkt vor mir. Und dann schaue ich so nach oben... Was wolltest du denn haben, den Göppelin-Hook? Nein, da haben wir das, will ich sagen. Ich sag eigentlich, dass der Thomas sich aber nie mehr beachtet. Nee, ich war mir schon ziemlich sicher, dass das du bist. Weil Marcel hat irgendwann dann aufs Handy geschaut und hat seine Finger nicht mehr in der Tastatur gehabt. Marcel, warum hast du diesen Enkel auf den Führtschamp nach hinten gemacht? Was? Ich bin tot. Marcel hat sich dann beleidigt auf die Couch gesetzt. Sie haben dann seine große Worte. Ja, straight accredit! Tschüss in den Höchst! Oh, ein! Oh, wer bist du? Warte doch! Warte doch! Ein... Alter, bleib still! Daddy! Ich bin ein Innocent. Ich wusste nicht, dass jemand anfängt! Oh, sorry! ich bin meine rauchen das war so unabsichtlich ohne scheiß ich wollte das nicht es kam einfach gerade hey was lebt ihr auf mich ich weiß nicht was du bist was soll es du schiehst du wirst weil du Traitor bist nein du bist Traitor ja dann bist du wohl nein ich bin Traitor man hört es immer aha echt dann schieß ich dir jetzt voll vertrauens auf dich ok ich schieße ihn ich schieße ihn übernacht ich schieße ihn übernacht ich schieße ihn übernacht ich schieße ihn übernacht aber als Traitor kannst du eine Waffe verdienen ok dann mach mir das mit dem Crowbar ging geht ja das gute Marcel oh Gott er schieße auf mich du wirst angefangen auf mich schiessen das ist fair fair es ist langweilig er war innocent ja du auch ey ich auch du auch oh Gott nein wo ist er ok Julius hat schon zwei innocenten auf den gewissen geht's neben was man ich hab Minuspunkt kann bald die nächste Runde anfangen ja ja was geht Thomas ich glaub Max ist ähh Traitor wieso ich hab nichts gemacht diese Runde BYUJI NO KEI O KUREI STERB DU SAU BITCH das geht nichts nein ich musste doch nachladen ja Nimm mal das oh Gott schaut auf meine Minuspunkte und meines Karma oh 13 alter nimm mal das nimm mal das Katana von Geji wenn du es nehmen kannst aber André Marcel ja ich dachte wir wären noch in der Preparation Phase wenn ich schieße jetzt einfach so und dann merke ich das so und dann du musst du hast du ne Traitor war für in der Hand ja du musst du das schönste Traitor unten so innocent und die Grunde angepasst das ist so ein Spaß Julius Alter er siehst du doch was für ein Spaß zu tun beziehungsweise 36 Punkten ah richtiger Kevin Alter ich bin wie Minuspunkte mach ich denn jetzt ja genau wie du aber eigentlich ist es ganz schön schwere Scheiße weil man hört es ja wenn er es ausbringt ja aber ich glaube so von hinten es ausrüst und den anderen dann schlagen sie wenn einer am Sniper ist und so ja Verzack oder wenn sie alle ganz nah sind in der Gruppe das schwer ziehen ich werde jetzt wahrscheinlich Traitor freund Nummer 1 ja ich mach minus 33 Prozent Schaden ach Julius kann alles auch so sehen unabsichtlich brauchen weil auch gibt sie Beutel auf die Beutel Dude das ist voll Schwierig für Niki weiss ich nie ob er das jetzt halt ja klar jetzt nicht aber das klingt bei ihm halt so als würde das Item wirklich benutzen JALALALALALA ich kann das gar nicht so schnell oder so gut Was denkst du? Seine Freundin ist noch voll getriggert und man springt über die nächste Couch. Genau. Die läuft dir dann immer. Sieht so aus dem Fenster. Hast du da was gekauft? Ich? Von unten bin ich zweiter. Ich bin sicher. Mein Freund ist ein Schilder. Der Niki ist von Mist. Ich glaube Max ist gerade gestorben. Nein, ich leb noch. Ich bekomme diese Tiere nicht auf. Ein Trader kann übrigens Leute auch im heimlichen identifizieren. In denen er einfach alt gedrückt und dann eh gedrückt. Also nicht ich habe es gerade gemacht, ich weiß es. Sondern ich weiß es, ich habe es schon ein paar mal gesagt. Du hast es gerade gemacht, du weißt es ganz genau. Ich weiß es, aber ich habe es nicht getan im Moment. Fuckin' Trader bitch. Im Moment, okay. Ich bin nicht Trader. Nee, ich habe es letzte Runde gemacht. Nein, habe ich auch nicht. Aber ich habe eine Raming-Runde. Macht ihr nicht viel Schaden? Fühunddreißig. Oh. Ups. Ball Nood. Call me McCree. Eól'on mun Magst du motherfucker? Wer lebt noch? Ich lebe noch. Bist du Traitor? Thomas, bist du Traitor? Bist du Traitor? Nein, bin ich nicht. Ja, ja. Scheiße. Max hat auf mich geschossen. Ja, weil du es pisst, Alter. Warum nicht? Das war's nicht. Ja, ja. Loll, warte. Loll, das war Thomas. Aber du hast einen Traitor. Und du bist auch ein Traitor. Eier, ein Easy Beasy. Zwei Hörders gekillt. Ich bin ein Geist, ey. So machen wir's irgendwie. Schau her, ich... Kommt die nächste. Julius, hast du mich nicht hören? Komm, hören. Nein, das hört man komischerweise ganz schlecht in Garrys Mod. Was denn? Ey, das ist immer, Alter. Ich muss weiter aufhören. Wieso? Ich muss morgen am 5 wieder aufstehen. Ach, was? Komm, eine Runde geht noch, Thomas. Sorry, nein, hab schon... Bin schon draußen. Der Nid ist voller Nachsen, Alter. Ja, nicht so weiter. Ja, warte, wie... Aber dann endlich auf einen Traitor mit... Ja, okay. Wie mach ich das nochmal? Äh, Konsole öffnen. Ja. Hast du SV Cheats angemacht? Sorry, das wollte ich nicht. Hast du SV Cheats angemacht? Gute Nacht. Bis irgendwann. Gute Nacht, gute Nacht. Warte, nein, warte. SV Cheats eingeben mit Unterstrich, oder? Hey. Ja, genau. Aber dann können wir jetzt CSGO spielen. Ja, können wir auch. Machen wir erst noch hier Dings fertig und dann... Es ist schon fertig. Es ist noch nicht fertig. Eine Runde noch. Cheats 1, oder? Ja, SV Unterstrich Cheats 1 und dann TTT Unterstrich Traitor. Also dann das eingeben und dann... Oder? Ja, ja, TTT Unterstrich Traitor, äh, Max 2. Das ist ein Fanal-Traitor, oder? Nein. Ich bin immer schlimmer, wer da ist. Julius! Piss! Das war's. Werden man es? Ähhhhhh Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Alter, ahahahah Was war denn das jetzt? Also spürt jetzt nicht weiter, oder? Wir können ja weiter Ich habe schon Garrys mal geschlossen Ja, ich mag nämlich Tisco, nicht so.